Fitness-Influencerin Sophia Thiel sprach im Place2Be-Podcast mit Bild über die schwierigste Phase ihres Lebens, wie Freund Raphael ihr dabei geholfen hat, das durchzustehen, und über ein sicheres Karriereende. Raphael hat mich in allem unterstützt, was ich gemacht habe. Er hat ziemlich früh mitbekommen, dass ich eine Essensproblematik habe, das habe ich damals nicht mal aussprechen können. Ich habe dann aber gesagt, ich weiß nicht, was es ist und ich habe keinerlei Kontrolle darüber. Ich gehe in Therapie, für die Beziehung, um zu zeigen, dass ich kooperativ bin. Der psychische Druck für Social Media Stars wird zu einem immer größeren Thema in der Öffentlichkeit, so verkündeten die YouTuber Melina-Sophie und Joey's Jungle zum Jahreswechsel das Ende ihrer Kanäle. Sophia kennt Melina-Sophie auch privat. Ich verstehe deren Entscheidungen, ich denke, dass es eine sehr mutige war. Ich war schon auch ein bisschen baff, aber ich weiß auch, dass für mich Social Media irgendwann ein Ablaufdatum hat. Also ich sehe mich nicht als Instagram-Mama, die mit Kindern noch Großstorys macht. Ich weiß, dass es für mich irgendwann zu Ende ist, aber bis dahin genieße ich das noch sehr.